Jetzt Susi Brandt. Guten Abend. Es ist eine Tatsache, der wir uns schon seit geraumer Zeit stellen müssen. Der Terror kommt näher. Aber Sachsen-Anhalt? Viele hielten das bislang für abwegig. Tenor, wenn Terror in Deutschland, dann doch eher in Großstädten wie Berlin oder Dortmund. Diese Annahme ist spätestens seit heute hinfällig. Ein Terrorverdächtiger Syrer wurde heute Morgen um 5 Uhr von einem 20-köpfigen Spezialeinsatzkommando in Magdeburg festgenommen. Roland Jäger berichtet. MDR-Politikredakteur Alexander Budwig hat sich mit dieser Geschichte ausführlich beschäftigt. Alexander, wir haben von solchen Verhaftungen natürlich schon aus anderen Bundesländern gehört. Aber müssen wir jetzt auch in Sachsen-Anhalt mit der Tatsache leben, dass Terroristen in der Nachbarschaft abtauchen? Also auch für Sachsen-Anhalt ist es nicht der erste Fall. Wir hatten einen ähnlichen Verfassungsschutz, sagt klipp und klar. Sachsen-Anhalt steht nicht im Vor. Ein Zufallserfolg oder war das eine lang vorbereitete Aktion heute? Nein, also es war... Verfolgerung wird diese Geschichte nicht unbedingt zur Beruhigung beitragen. Wie ist denn das? Das Thema Sicherheit ist mittlerweile auch so ein politischer Dauerbrenner geworden. Gibt es da schon Reaktionen aus den politischen Lagern? Der Prozess gemacht werden kann und von der AfD hört man wiederum, dass jetzt nochmal die Identität aller Flüchtlinge überprüft werden müsse. Die Linke hingegen ruft ein bisschen mehr zur Besonnenheit auf und hält das Ganze eher für Stimmungsmache mit der Angst. Die peinlichste Ehrung des Tages lief heute bei der Polizei in Magdeburg ab. Die Polizeidirektion Nord, mitten in der Innenstadt, wurde zum schlechtesten Dienstgebäude Deutschlands ausgezeichnet. Wenn Ihnen das irgendwie bekannt vorkommt, ja, diesen Titel hat es schon mal bekommen. 2011 war das. Seitdem ist eigentlich nichts passiert. Die Beamten haben die Nase voll von feuchten Wänden, ungeziefer- und einsturzgefährdeten Decken. Eines der Tourismusziele in Sachsen-Anhalt ist Wernigerode. Die Nähe zum Brocken, das historische Fachwerk und besonders der mittelalterliche Marktplatz ziehen die Menschen magisch an. Besonders stark gefragt ist die erste Adresse, wenn es ums Heiraten geht. Das Rathaus auf dem Marktplatz, auf den seit Jahrhunderten auch der Wochenmarkt einlädt. Doch die Stadt überlegt jetzt, diesen Wochenmarkt von hier wegzubekommen. Holger Puchhaller weiß warum. Die weiteren Nachrichten des Tages hat Laura Jahnke im Blick. Wer Grundschulkinder fragt, was sie in der Schule am liebsten machen, kann schon mal die Antwort bekommen, im Schulkor singen oder bei den Streitschlichtern mitmachen. Doch diese AGs wird es vielleicht bald schon nicht mehr geben, weil das Bildungsministerium wegen des Lehrermangels nämlich weniger Lehrerarbeitszeit pro Schüler einplanen will. Befürchten nun Eltern, Grundschulverband und Grundschulleiter, dass AGs oder zusätzliche Förderangebote wegfallen könnten. In Aschersleben machen Eltern dagegen mobil. Diese über 40 Jahre alte Einfahrt der evangelischen Grundstuhle Hedstedt war eine Stolperfalle. Bis unser Mitmachen statt Meggan-Team die Sache in die Hand genommen hat. Wir wurden per Mail um Hilfe gebeten. Die Hoffnung der Grundschulleiterin, dass noch mehr Unterstützer angelockt werden. Gemeinsam sollte das Problem dann gelöst werden. Doch auf den ersten Besuch unseres Reporters Michael Wasian sollte ein zweiter folgen. Um einen Salzbergschacht in dem kleinen Dorf Wandsleben am See ranken sich viele Gerüchte. Die Nazis sollen hier ein Versteck für wertvolle Kunst gehabt haben. Später soll sich die Stasi für den Schacht interessiert haben. Ein Film in der Reihe Der Osten, entdecke wo du lebst, erkundet nun, was es mit diesem ehemaligen Salzstollen auf sich hat. Antworten darauf heute Abend um 20.45 Uhr im MDR Fernsehen. In der Reihe Der Osten, entdecke wo du lebst. Gute Nachrichten für den 1. FC Magdeburg. Der hat heute vom DFB und von der Deutschen Fußballliga grünes Licht bekommen, ein mögliches Relegationsspiel in der MDCC-Arena in Magdeburg auszutragen. Jetzt muss es bei den Drittliga-Kickern eigentlich nur noch sportlich laufen, damit es mit dem Aufstieg in Liga 2 klappt. Hoch hinaus will in diesem Jahr auch 10 Kämpfer Rico Freimuth bei der Weltmeisterschaft im August. Da will er mit dabei sein. Und wie er dafür schon in Form ist, konnte man zuletzt bei den offenen mitteldeutschen Meisterschaften im Mehrkampf in Halle erleben. Ein Wettkampf mit Nachwuchstalenten und den besten 10 Kämpfern Deutschlands. Der hat schon Hitze. Ein kühler Mai wird hoch geacht, hat stets ein gutes Jahr gebracht. Das besagt eine alte Bauernregel. Doch so richtig prickelnd ist das kalte Gefühl dieser Tage ja weder für die Landwirte noch für uns. Mal ehrlich, ich habe sogar schon mal überlegt, die dicke Winterdecke doch wieder aufzuziehen. Wir haben heute im Land mal die kühle Stimmung eingefangen und geschaut, wie sie so damit umgehen, dass uns der Mai die kalte Schulter zeigt. Ja, solche Kältetrotzer sind morgen auch in Bottmersdorf. Und Klein Germersleben in der Börde herzlich willkommen. Unsere Radiokollegen sind dort mit der Landpartie. Klein Germersleben war übrigens mal ein Fischerdorf, wussten Sie das, mitten in der Bördelandschaft. Und die Bottmersdorfer Kirche bewahrt eine der ganz seltenen in Europa noch erhaltenen Orgeln. Das klingt wirklich nach spannenden Eindrücken. Verpassen Sie die bitte schön nicht. Morgen ab 9 Uhr bei MDR Sachsen-Anhalt das Radio wie wir. Wir sehen uns dann natürlich am Abend wieder mit allen Neuigkeiten aus Sachsen-Anhalt und geben jetzt ab an die Kollegen von MDR aktuell. Wir wünschen Ihnen einen friedlichen Abend. Tschüss, bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.